Hallo und herzlich willkommen bei Colorful Paper Art. Hier ist Birgit mit dem ersten Video im neuen Jahr und ich fühle mich herausgefordert von der lieben Gudrun von Gudruns Happy Journals. Gudrun hat zu Anfang des Jahres ein Gemeinschaftsprojekt oder auch eine Challenge ausgerufen. Die heißt 12x12 Zins. Ein Zin ist ein kleines Heftchen, was aus einem einzigen Bogen Papier gefaltet wird und alle, die mitmachen wollen, sind dazu aufgefordert, jeden Monat so ein kleines Heftchen zu produzieren und dann, wenn man mag, auch ins Netz zu stellen unter dem Hashtag 12x12 Zins. Ich verlinke euch für alle die, die gerne Näheres wissen wollen, das Video von Gudrun. Da gibt es die gesamten Spielregeln, die gesamten Spielregeln in aller Breite und aller Ausführlichkeit. Ich erkläre jetzt hier nur ganz kurz, worum es geht, damit es euch dann auch nicht so langweilig wird. Gudrun möchte also jeden Monat ein Zin produziert haben und gestaltet haben von uns, die wir mitmachen wollen. Und dazu hat sie eine Promptliste herausgegeben, die man sich runterladen kann. Prompts sind ja so Themenüberschriften. Und für jeden Monat hat sie neun Prompts herausgegeben, also neun Themen, an die man sich halten kann. Es gibt ein Grundthema, das ist für den Januar Muster. Und ansonsten, die weiteren acht Themen sind frei wählbar. Man kann sie alle acht unterbringen. Man kann sich aber auch einige rauspicken und mithilfe von diesen gestalten. Ja, und für mich ist das so besonders interessant, weil es, finde ich, super kreative Impulse gibt. Oftmals ist es ja so, dass einem nicht recht einfallen will, was man in so ein Büchlein reinschreiben soll oder was man damit machen soll. Und da hilft das sehr, wenn man so kleine Anhaltspunkte kriegt. Mir hilft es jedenfalls sehr. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, von diesen neun Prompts fünf Stück herausgepickt. Und mit diesen im Hinterkopf möchte ich meinen Seen gestalten. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich also versuche, das ganze Jahr durchzuziehen. Und ich werde immer am Anfang des Monats mich einmal melden mit so einem Anfang, so wie ihr den hier auch sehen könnt. Und werde euch erklären, was ich in etwa vorhabe. Und dann werden wir am Ende des Monats mit einem ganz kleinen Flipsroom mal gucken, was dann draus geworden ist. Und dieses Seen ist ja immer so eine schöne Möglichkeit, verschiedene Techniken auszuprobieren oder mal was Neues zu machen oder mal was anderes zu machen. Und deswegen möchte ich diese Dinge, die ich dabei erforsche und in meine Seens hineinbringe, mit in extra Videos euch vermitteln, sodass ihr immer kleine Anleitungen bekommt, die ihr auch für ein Seen benutzen könnt oder auch in ganz anderen Zusammenhängen für eure Karten, für eure Mixed-Media-Projekte, für eure Journals. Und so denke ich, würde über das Jahr fast ein kleines Lexikon an verschiedensten Tipps, Tricks und Techniken entstehen, auf das ihr dann auch immer wieder zurückgreifen könnt. Das ist so die Idee, die ich habe. Und ich sage euch jetzt erst mal schnell, welche Überschriften ich gewählt habe. Also Muster wird kommen, auf jeden Fall. Das ist ja auch das Hauptthema. Das möchte ich also nicht weglassen. Und dann habe ich mich für die Farbe Blau entschieden, weil es ist ja das Januar-Journal und da finde ich diese kalte Farbe sehr passend. Ich möchte auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten gehen. Dann gab es auch das Prompt Gesicht. Ich denke, da könnte man noch ein bisschen mit den Paper Dolls auch spielen. Kraftpapier war ein weiteres Prompt. Und dann gab es einen Prompt, man sollte irgendein Kreativ-Utensil benutzen. Und da habe ich ein kleines, besonderes Teilchen. Ich weiß gar nicht, wie das so genau heißt. Das ist also eine Art Tintenfüller, mit dem man sehr schöne Linien ziehen kann und mit Tinte sehr schöne Effekte ziehen kann. Also ein besonderes Werkzeug, das man eigentlich in der Autolackiererei verwendet. Das ist ganz einfach und simpel, macht aber tolle Sachen. Und all das soll in dieses Seen rein, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich ausgewählt habe für den Anfang. Ich habe mir also so ein kleines Heftchen gefaltet aus einem ganz einfachen Blatt Papier. Man sieht auch schon hier, dass es Upcycling ist. Das ist auch so etwas, was ich mir selber so ein bisschen als Aufgabe setze, dass ich also nichts dazu kaufe. Ich nehme nur Sachen, die ich hier schon habe und möglichst auch etwas, was schon gebraucht ist. Und dann habe ich so ein Blatt, gefaltetes Blatt ist immer so ein bisschen instabil und dann habe ich erst mal von außen auf die äußeren Seiten dieses Papier geklebt, was aus einem, ja, sage ich mal, misslungenen Jellyprint stammt. In der Farbe Blau. Dies ist der Rest. Und dadurch bekommt dieses kleine Buch schon ein bisschen mehr Stabilität. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie man so ein Seen faltet aus einem Bogen Papier und eben auch noch eine weitere Faltung, sodass man mehr Seiten bekommt. Aber wir begnügen uns hier für diese Challenge mit der achtseitigen Ausgabe. Also man zählt die Seiten so, wie sie kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sechs, sieben, acht. So. Gudrun zeigt das auch ein bisschen deutlicher noch als ich jetzt hier. Und durch die Faltung ergeben sich Taschen hier und da. Also hier zum Beispiel die erste. Hier wäre auch eine gewesen. Die habe ich aber zugeklebt. Die will ich nicht. Hier ist wieder eine, die man jetzt entweder so als Einschubtasche benutzen kann oder man klebt sie an einer Seite zu. Und hier zum Schluss könnte man auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich das tue oder nicht, das wird sich so herausstellen. Aber ein, zwei Taschen werde ich bestimmt von diesen natürlichen Taschen auch weiterhin nutzen. Und hier habe ich schon mal an der ersten Tasche einen Reststreifen von diesem Papier gegengeklebt. Auch einfach um Stabilität zu erhalten und gleichzeitig auch diesen Eingriff so ein bisschen schöner zu gestalten. Gudrun hat freundlicherweise auch für die Jano Challenge ein tolles Freebie zur Verfügung gestellt. Was man, ein digitales Papier, was man sich gratis herunterladen kann. Da ich keinen Farbdrucker habe, werde ich das nicht nutzen. Das bringt mir nicht viel und ich mag es ja ohnehin ganz gerne etwas einfacher und minimalistisch. Und deswegen, auch deswegen verzichte ich darauf und gehe so meinen eigenen Weg. Aber das ist alles erlaubt. Und so sieht der Ausgangspunkt aus und dann werde ich euch am Ende des Monats zeigen, wie das kleine Januar-Zene in seiner Vollendung dann aussieht. Ja, ein kurzes, knappes Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran an dieser fortlaufenden Serie. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Ich möchte euch wirklich dazu aufmuntern, denn ich denke, dieses kleine Büchlein ist ein richtiger Kreativitätsbooster. Man muss ja nicht jeden Monat mit dabei sein, aber hin und wieder ist es vielleicht ganz amüsant. Und dazu ist es wirklich einfach und bringt einen auch, was Mixed-Media-Techniken angeht und das Journaling ein ganzes Stück weiter. Also nur Mut und seid dabei und so können wir dann auch uns gegenseitig inspirieren und Impulse geben. Im Video, was ich euch hinten im Anschluss, im Abspann noch einmal verlinke, werdet ihr sehen können, wie man so ein Zene faltet. Das ist sehr, sehr einfach, wie gesagt, aus einem einzigen Bogen Papier. Und davon gibt es auch, wie Gudrun richtig sagt, tausende von Anleitungen. Jetzt kommt von mir die tausend und erste, einfach der Vollständigkeit halber. Und weil jeder dieses kleine Ding ein bisschen anders macht. Und es gibt viele, viele Vorteile, die meines Erachtens noch nicht so ganz herausgearbeitet worden sind. Und das werde ich dann in diesem, meinem Seen, Faltanleitungsvideo tun. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Da kommen so ein paar interessante Überraschungen, meine ich. Und dann sehen wir uns dort vielleicht gleich wieder. Danke fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf und alles Liebe für euch, eure Birgit.